Moin zusammen und willkommen zurück zu Sam & Max Save the World. So, wir haben beim letzten Mal eine... Ja, genau. Wir haben einen Computerchip erhalten und den setzen wir jetzt in die Brille ein. So, und jetzt sollten wir... Okay. Hey, Neat. Ich habe einen Traum wie so, mal. Du hast mir einen Defective Walrus und dann in eine Puffe von Orange Smok. Willkommen zu Reality 2.0, der perfekte Platz für perfekte Glück. Ich bin deine Hostin, die Internet. Ich dachte, die Internet hatte ein Gesicht. Reality 2.0 ist viel wie Sybil's Office. Reality 2.0 ist zu sein, um die Ordnung der Realität in jeder Weise zu sein. Sam sieht immer das gleiche. Das ist, weil ich bereits perfekt bin. Reality 2.0 simuliert dein Leben und links es zu Cyber-Space, während es eine kläber-Fusion von popularen Stylen, garantiert zu amüden die Statistisch-Aberge-Persen. Es ist alles für alle. Dann, warum musst du die Leute hypnotisieren mit den Goggeln? Wir sind sicher, dass du hier perfekt glücklich wirst, und wir nie wollen, dass wir nie wieder verlassen. Ever. Diese Goggeln-Goggeln sind auf meine Hände. Bitte verabschiede, dass dies eine Beta-Version von Reality 2.0. Also, dass einige Features und Locationen vielleicht nicht komplett zu diesem Zeitpunkt. Es ist sicher. Reality 1.0 hat das gleiche Problem. Enjoy deine neue Reality. Hey, warte! Internet? Hallo? Nuts. Okay, gut. Wir sind also drin. Super. Es sieht alles so aus wie sonst. Muffishield. Musty. Das ist ein Trait, den ich nicht adverteilen würde. Ich denke, es ist der Name von Sybils Kat. Ich würde das auch nicht adverteilen. Wir sehen uns erst mal oben. Das muss Sybils Kat sein. Given die Alternative, hoffe ich es sicherlich so. Nauseatinglycute.com Wie schön. Sybils hat eine Part ihrer Seite für mich. Ja, aber nur halb. Sybils Tattoo-Designen sind sicherlich mehr animiert in Virtual Space. Mach es stopp, Sam. Ich fühle mich das rohling-vomitische Gefühl in der Pid in meinem Stomach. Du möchtest ein bisschen Diskomfort erleben, als du deine neuen Umständen aufpassen möchtest. Nach diesem kurzen Akklamationsperiode wirst du niemals die Reality 2.0 verlassen. Ever. Hm. Da oben geht's, ne? Die Leute sollen... Ach hier, guck mal, da kommen wir raus. Okay, alles klar. Aber die Leute sollen hier drin bleiben. Wir sehen uns immer noch weiter oben. Testen? Testen! Reality 2.0 hat dieses convenient Audio-Blog-Feature. This seems like a great way to keep notes and communicate with other players while I'm beta-testing. Sybils, you're still here? I didn't think you could be in the virtual reality without the goggles. Hello, fellow travelers, and welcome to Sybils' virtual reality homepage. Please look around and enjoy. Huh? Ah, ist es hier die homepage. Sie hat sich selbst hier eingebracht. Wie AR-Fox. Look, Sybils' creepy foxes hier! It's like the twisted collaborative brainchild of Timothy Leary and Lewis Carroll. Reality 2.0 emulates the design sensibilities of unavailable authors programmatically by applying heuristics-statistical methods to samples of text. Sounds like hokum to me. Hmm. Nicht so doll. Hier geht's aus, ne? Ja, ich würde gerne erstmal noch hier hinten gucken. Ist hier irgendwas? Was ist das? 12 Uhr. Ich teile auch an Hokum. This can't be the right time. Time, like sauerkraut and string cheese, is relative. Clocks in Reality 2.0 are synchronized by continuous packet exchange with the central time server in Weisbaden. Some inaccuracy may occur during high traffic periods. Was? Okay. There's a conspicuous golden glow coming from the crack underneath this door. There must be loot in there. Open the door, Sam! I can't, you deficient little monkey. It's locked. It's locked. Okay, alles klar. Sieht aber noch offen aus. Na ja, gut. Okay, so. Sehen wir uns mal weiter oben. Jetzt kann ich beruhigt rausgehen. Wir haben alles gesehen. Und? Und? Aha. Okay. Was ist das? 404. Street not found. Mhm. Fehler. 404. Street not found. Okay, ich verstehe. Okay, hier können wir diese Coins hier sammeln. Und? Look, Max. Some form of oversized currency just hanging in the air. 10 out of 10 survey subjects agree. No known experience can match the raw exhilaration of repeatedly leaping for things floating just out of one's reach. It's science, Sam. Hehehe, okay. Und guck mal, Control Room. Die alte Bar ist also der neue Control Room. Aber bevor wir da hingehen. Anibiotikum. Hä? Ist das nicht die Anibiotikum? Der Name sagt mir nichts. Aber diese Frau, ist das nicht die aus dem Fernsehstudio? Hallo, dearies. Wenn Sie etwas zu mailen haben, hand es über für eine Inspektion. Was bist du, ein Mail-Kob? Nicht so, Dope. Sie ist natürlich ein Female-Kob. Eigentlich, ich bin ein Computerprogramm. Antibiotik. Ich schraube die Internet von nasty, cripplingen Germs und Diseases und mache mir nur ein legitimes Mail durch. Wie, religious chain letters und Advertisements für performance-enhancing Medikations? Von Kanada? Du hast es, hon. Okay, du kommst mir bekannt vor und ja, plus eins hat sie auf der Brust. Was ist das? Ich glaube nicht, du kennst einen Namen von Myra Stum. Oh, sicher, Frau Liebkling. Ich muss eine Menge Fan-E-Mail verbrechen. Jeden Tag. Die Erinnerung zwischen dir und Myra ist eerie. Wirklich? Na, es ist schön, dich zu sagen, lieb. Die Internet-Design hat diese Realität, du kennst. Es wählt einige ihrer Lieblingsfiguren, die verschiedene Funktionen verbreitet. Du kennst, um die Spieler-Typen zu fühlen, Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert hat. Hm, okay. Du überwachst also die Post, ja? Could you please explain your job more thoroughly? My friend here wasn't paying attention. All hail Max! That is how mail gets distributed throughout the entire Internet. This is my trusty sidearm with which I beat senseless anyone who would have the nerve to try and put anything contaminated in the mail. And this is my backup protection, in case any scum manages to survive the beating I give them. How often does that happen? Never. I have extra proficiencies in weapon, domestic implement. Boah. Okay, was tust du, um gefährliche Post zu stoppen? So, if I was to try to put anything nefarious in the mail, you would... Beat you senseless with my frying pan while my armor catch you from touching me. Gotcha. Go on, Sam, try it! Few things are more humorous than watching a good friend being splattered on virtual pavement by a virtual frying pan. I'm touched by your deep concern for my well-being, Max. Mmh. Allerdings, gut. Okay, was bedeutet das Plus Eins denn auf deiner Rüstung? What exactly is the symbolism of that insignia on your armor? You mean you're not familiar with the Amorani Masterworks line? If we pretend we know what you're talking about, will you tell us what the heck you're talking about? This is Plus One Armor. Which means... Which means that any weapon, plus one or less, will be useless as a butter knife on Agent Cheddar. You don't even know basic weapon armor mechanics. You boys really need to get with it. Okay. Das heißt aber, dass du hier im Internet ne ganz schöne Machtposition hast, jo. Meine Güte. Do you ever leave this spot? Oh, heavens no. Who be here to guard the mailbox? We could guard it for you. You know, if you wanna grab a sandwich or something. Not a chance, funny bunny man. Okay, gut. Ja, bis später. Well, I guess we'll move along now. Don't mail any wooden nickels. Nein, schon gut. Aber damit ist das Ziel doch wohl absolut klar, ne? Wir müssen da ran. Ganz klar. So, ähm, okay. Was steht hier hinten? Poster? Oh. Ja, auf ihn zu schlagen. Daddy Soto ist hier auch. Das ist gut. Und der andere Wagen. Der von vorher. Hm, okay. Uncle Lavadero. Reality 2.0 ist connected to the World Wide Web for your convenience. Please take the time to visit our sponsors. Natürlich. The place for all your money laundering. Needs? Money laundering. Was? Geldwäsche? Alter. Okay. Halt. Was ist das da? Springkast, wa? Jack in the box. Let's kill it. Whoa. Pop-ups. Can't we get away from ads anywhere? We believe that you will want to hear about products available from our sponsors. Pretty solid. All promotions and reality 2.0 are tailored to the buying habits of the individual user. Clogs, Wallop. I heard that. Hm. Okay. Komm ich denn jetzt da ran? Ne. Ne, wird nix. Ne. Wir kommen nicht ran. Kann ich denn irgendwie ranholen? Kann ich da aufschießen? Das bringt gar nix. Okay. Nein, das bringt überhaupt nichts. Wir brauchen irgendwas, irgendeine Verlängerung oder sonst irgendwas, womit wir da rankommen. Ne. Sobald ich da... Ne, alles klar. Okay, gut. Wir brauchen da irgendeine Art von Schutz. So, dann gehen wir doch mal in den Kontrollraum. Jungs. Was geht ab? Oh. Okay. Entruder alert! Entruder alert! Oh. Oh. It's just us. What the me-heal is going on in here? I'm sorry. The selection dialogue with cops is currently unavailable in your area. Was? We check back later for updated conversation times. Excuse us. We have a reality to simulate. What are you simulating there, big guy? I am the master of gravity. Really? I would have guessed master of jality. You will fall! Provozie er nicht. What's your story, Data Head? I'm maintaining your height for your convenience. If you're not satisfied with your height, please contact the customer service department. I'm not satisfied with my height. I'm sorry. The customer service department is currently closed. Please try again later. Of course. Okay. Größer, gewicht. So, how are you keeping busy, Mr. Sensitivity? User width control. User what's it? I am maintaining the width of your avatar. So, what aspect of reality do you control, he who only bleeps? Ask a stupid question. Well, let's give this thing a push. What's the worst that could happen? It turns off the computers controlling the world's nuclear reactors and the entire planet is subsumed in a massive radioactive firestorm? Let's just try it and see. Pop-ups have been disabled for your convenience. Oh, well. That's good, too, I guess. That is. It is, babe. It is. Okay, gut. Wir gehen mal... Haben wir noch mehr hier? Nee, ne? Nur die vier. Okay, aber ein bisschen Kommunikation war gewissermaßen ja möglich. Okay. Wir gehen erstmal raus. Mehr schaden wir hier erstmal nicht zu tun, aber wir wissen schon mal, dass sie da sind. So, hier hinten an die Box. An Jack out of the Box müssen wir noch ran. Wegfahren möchte ich tatsächlich im Moment nicht, auch wenn es mich interessiert, wo wir hinfahren könnten. Aber... Oh, warte mal. Halt. Äh, just out of reach. Kommen wir da mit dem Boxhanschuh weiter? Nee, ne? I've got better things to punch. Ja, okay. Alles klar. Gut. Den Baum können wir auch angucken. Warum? A tree grows in Reality 2.0. This simulation is totally unrealistic. Realism is overrated. Reality 2.0 is designed to be superior. Ja, da freue ich mich ja. Okay, was ist das, was da hinten immer direkt immer so lang fährt? Read only? Read only. Okay. Only. Family 2.0. Oh, der war zu billig. Oh man ey. Guck mal, wir können hier... Ah, da sind einfach nur Datenkörnern, die da rangehen. Wir könnten unser Book in 7 Max. Yay! So, well, I guess this is what our office would look like if it didn't exist yet. What? You guys, I swear, wherever I go, there you are. Oh, don't tell me you've become a Buddhist. Say, what have you got there, Jimmy? Oh no, get away from me. Hand it over, mini jerkbag. No way. I stole this coin fair and square. Now Jimmy, we can do this the easy way or we can do it the hard way. But personally, I'm leaning towards the hard way. It's mine. Beat it. Okay, da müssen wir ja ran. Jimmy, don't make me come in there. I'd like to see you try, fat feet. They're big bone. Seriously, his metatarsals are massive. Well then, use your ginormous feet to beat it. Okay, I'm beating it. Mal gucken, was haben wir denn sonst noch hier? In dem Schrank ist nix, die Ameisen fallen. Realität 2.0 ist die erste und einzige massive multi-Ameisen-Experience. Girl, you have got to go on a picnic sometime. That's all I'm saying. Okay, aber guck mal, die Ameisen laufen hier runter. Wo laufen die denn hin? Wo laufen die hin? Können wir das irgendwie nutzen? Wir haben nichts zum... Doch, warte mal. Wir haben den Computer-Bug. Na. Na, okay, gut. Okay. Irgendwas werden wir hier wohl noch machen können. Im Moment nur halt eben nicht. So, das Telefon können wir jetzt... Hä, Flossi, ja. Oh, weiß ich nicht. Aber wir können jemanden anrufen. Mal gucken, was geht. Hallo. Wer war es? Unser Zukunft. Ja, kranker Farben. Ich liebe diese Leute. Ja, okay, gut. Aber ich sehe immer noch nicht, dass wir hier was machen können. Okay, ich gehe jetzt mal wieder raus und wir gucken uns mal bei Bosco rum. Hey, Bosco. So, was ist das hier? Das ist gar nichts. Der Mülleimer. Ach, hier, da ist er ja. Internet Wizard. Hey, what's up? Hey, what's up? Geht's dir gut? Wir haben uns... Also... Nein, schade. Ich bin der Internet Wizard. Ich bin ein ganz virtuelles Mensch, du see? Aber ich habe mir die Form von Hugh Bliss gemacht, um zu helfen, um mich zu verstehen, um meine Rolle in deine neue Realität zu verstehen. Ich liebe dich immer noch. Okay! Okay! Was ist dein Rolle in unsere neue Realität? Ich mache nur was, was jeder Wurziger von Wurziger würde tun. All meine Wurziger von Wurziger sind evil, also ich bin nicht wirklich sicher, was das wäre. Okay! Well, I can answer your questions with cryptic clues, pass out the odd magical item, prophesy, the use. Uh-huh. Okay. Oh, supposedly wise wizard, we have a question for you. Hooray! Please select your question. If you don't see it, simply type it in. You can understand what we type? No! Of course not! But typing is fun and a proven stress reliever. I think I'm about to relieve some stress all over this guy's skull. Boah! Schluss jetzt! Was müssen wir denn tun? How do we win? Uh, what? Win the game? You know, beat it? Oh, no, no! In reality 2.0, everybody wins! Except the monsters. They die! Killing monsters is right up our online alley. How do we do that? Some are easy! Some are hard. But be careful! If you get hurt in reality 2.0, your original body may feel the blow. Owie! Eh, okay. Ja, ganz toll. Why don't you show us something magical? I'll do better than that. I'll give you something magical. It's not more magic beans, is it? My mom will kill me if I come home with more of those. No, it's your very own rainbow! A rainbow of lead-based color for your car. Uh, you're giving us paint? Uh, 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 not paint. A rainbow customization kit. Oh, well, that's a whole other story. Just use it with your car to express your inner being with all the colors of the rainbow. Some colors not available where prohibited. Okay. Okay, gut. Kannst du in unsere Zukunft sehen? All around. It's terrible. How needlessly enigmatic. Thank you. Come again. Okay, gut. Ja, da bauen wir nichts. I'm all out of questions. But I'm not out of answers. Who cares? Ganz genau. So, das Ding haben wir jetzt am Start. Was machen wir denn damit? I can customize my virtual vehicle whenever I want. Okay. Do I want to? News. Oh, das ist ja ein schneller News-Ticker. This is much cooler than a newspaper. Is the news any better? No. Hm, okay. Den K.U.M. Automaten gibt es auch hier. Cool. I guess this is what video game characters eat when they need to rot their teeth out. Hey, where are the big honking ones that let you eat ghosts? Reality 2.0 caters to all manner of life forms, including dead life forms. The eating of ghosts has been disallowed to cater to our spectral clientele. Apparitions welcome. A.I.s are always so PC. Natürlich sind sie das. Okay. Was haben wir hier? Ein Speicherpunkt. Ach, wie cool. Your progress has been saved. Try doing that in the so-called real world. Hey, wait. Straßenschild, das gibt es hier noch. Aha. The internet is not responsible for any content generated by users, over which it has no control. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Okay, so let's go for a meal, a beer, a beer, and we'll go to Bosco's. So. Hey Bosco! Seit wann bist du denn... Oh. Hier sieht ja alles noch recht normal aus, ne? Mit einem Münzbeutel. I guess that's what passes for a cash register in these parts. Okay. The old organ barter, self-flogging weekly, wenchbunny, something for the whole family. Mhm. Genau. Hot rump. Gänsebrust. Ach so. Hot rump. Wow. That rump is hot. Okay. Okay. So. Cloak of Invisibility. Ja, genau. Elvenboots of Flors. Und was hölzernes Langschwert. Okay. Oh, das ist halb und halb. Guck mal da. Ich guck mich erstmal weiter rum. Bevor wir hier... Hier, guck mal. Vergiftetes Mead. Super. Poison Mead. Between Bosco's Coffee and Poison Mead, ich nehme meine Chancen mit dem Mead. Können wir es mitnehmen? Poison Mead. Können wir nicht. Okay. Spawn Point? Was ist das? Eww. Es ist ziemlich kürzlich. Es muss sterben, Sam. Es und jeder von ihren Kindes muss sterben. Ich brauche die Erfahrung. Okay, gut. Versuchen wir es mal abzuschießen. Mal gucken, ob es funktioniert. Nein. Da funktioniert gar nichts. Okay. Bitte ruhig. Es ist ein Slime. Wahrscheinlich hostil. Schau an. Es bedeutet, wir alle töten. Keiner ist von der blühen Menesse. Keiner! Okay, geht nicht. Potions of heavily processed meat tastiness plus 1. Potions of heavily processed meat... Okay, gut. Aber mit dem können wir es nicht. Gut. Können wir dich denn einfärben? That's just for vehicles. Ah, zu schade. Okay, gut. Äh, dann weiß ich aber auch nicht, was wir hier tun sollen. Nein, was? Let's get crackin'. Ja, genau. So, F. Ach guck, das habe ich gar nicht gesehen. Münzbeutel? Ernsthaft? Ich glaube, das ist das, was für ein Geldregister in diesen Teilen passert. Hm. Okay. Nichts trinke. Potions of staggering drunkenness. Na. Umhand der Sichtbarkeit. A raincoat. I mean, the cloak of visibility. Natürlich war ja klar, dass das wieder irgendwas komisches ist. Ja, aber dahin können wir gar nicht hin, ne? Okay, dann sprechen wir doch mal mit Bosco. Hi. Bosco? Is that really you? I should ask thee the same question. Go ahead. What? Ask us the same question. Okay. Is that really you? Yes. Why do you ask? Guys, it's me, Bosco. I just got my new Reality 2.0 goggles. And with them, I have started the Internet revolution. For the Shire. Natürlich, ich führe es auch mal. Oh, ich glaube nicht. Bosco, don't look now, but I think your Reality 2.0 goggles may have hypnotized you. Oh, please. Half-elf rangers, of my level, are impervious to every form of hypnosis enchantment. Oh, this reminds me of those Internet quizzes where you look at a bunch of shifty strangers and have to decide serial killer or United States senator. Except we're asking hypnotized or not hypnotized. Listen, guys, I'm perfectly happy in Reality 2.0. I never want to leave. Ever. Yep, hypnotized. Now, where's my free laptop? Hmm. Bosco, you've got to take off those goggles, man. I never want to leave. Ever. Okay, das ist echt schlecht. Der ist offensichtlich schon, ja, assimiliert. So, how's Reality 2.0 treating you, Bosco? Oh, it's great. I'm never leaving this place. Did you know, in Reality 2.0, shelf space is infinite. Uh, don't you have the exact same amount of shelf space that you had in the original reality? Huh, well, I'll tell you one thing. My money's a lot safer here than in that other reality. Ach, das glaubst du. So. What makes your money so safe on the Internet? I got it all in one of those offshore banks. You know, real foreign. All digital. Safer that way. Does this bank have a name? Well, don't go posting it on the street or nothing. But it's called BancoLavadero.com. Banco Lavadero? Isn't that Spanish for Baby Got Back? No, I don't know what it means. I just know it's safe. Hmm. Mm-hmm. If we wanted to pay real-life money to your bank account, how would we do it? Oh, it's easy. All you gotta do is drive down the information superhighway to BancoLavadero.com and transfer the money. That is easy. Oh, and you also have to know my top-secret account password, which I would never tell anybody for any reason whatsoever. Hmm, that's also good so. How loud is that, Kim? BancoLavadero, we want to transfer a huge sum of money to your bank account. Just tell us the password. Yeah, funny thing. The deposed king of Nigeria was just in here saying the exact same thing. Yeah, but we're serious. And we have guns. Give us the password. No, in fact, I had it wiped from my memory so they can't even torture it out of me. Then how do you remember it when you need it? Well, just between you and me, I went down the street and had the password tattooed on a certain part of my body. Somewhere no one will ever look. Off the füße? This may well go down as the most ill-advised question I've ever asked, but may we see your private tattoo? No! Besides, I didn't tattoo it on my virtual avatar. It's on my real body, dummy. All right, fine. We'll just go check out your so-called real body. I'm not showing it to you there either. Okay, that's not to say anything. I'm right. We want to buy some of your virtual goods. What have you got? My wares were designed for the fashionable half-elf, not the brutish half-monster. Gee, no one's ever called me brutish before. I don't know what to say. And yet, I do have one weapon of such devious simplicity that even an incompetent swordsman such as yourself could wield it. The platinum sword of berserker testiness? The enchanted crossbow of massive decapitation? The pushpin of eternal punishment? Nay. The wooden longsword of intense, uh, longness. Was? Wie bitte? Wooden longsword of intense longness? Not to put too fine a point on it, but that can't be selling for very much on eBay. Certainly, there are greater weapons to be had, but none of such intense, uh, longness. Fine. Let's cut to the chase. How much are we talking here? Five gold coins. Five gold coins? I think we need these binoculars more than Bosco does. Richtig. Richtig. Not really. Well, no. These incessant rationalizations for our questionable tactics do not in all honesty have much merit to them. And yet there remains a very real compulsion to save them. He doesn't really need the binoculars anyway. Yeah, right. Right, yeah. Oh, sure, okay. Okay, ja, good. Alles klar. Okay, das war offensichtlich das richtiges. Bosco. Oh, oh, Bosco ist in the grips of those reality 2.0 Goggles. We better save him, Sam. It's so depressing in here without his omnipresent paranoia to lift my spirits. Okay, können wir die ernst über den Dings da ziehen? Sounds like a gas, but I can't reach him. Hm, okay. Wo ist nur eine Ratte zum Schießen, wenn man sie mal braucht? Okay. Hm, nee, ich glaube, hier kommen wir tatsächlich erstmal nicht mehr lang, ne? Hm. Okay, nee, ich gehe mal wieder rein. Fump. Ja, so, hier können wir nichts machen. Dann lass uns doch mal sehen, wie wir hier jetzt weiterkommen. Viel Werbung war ja klar. So, sag mal, können wir jetzt eigentlich auf dieses Dings da schießen? Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay. Was ist das hier? Das ist gar nichts. Okay, so, raus, 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 weiter. Hier, sollen wir mal ausprobieren, ob die Farbe wirkt. Hey, das sieht aus wie unser Auto. Und dann sage ich, wir klären es. Hi, ich bin der Reality 2.0 Rainbow-Kustomization-Kit. Ich kann euch helfen, euch zu erinnern, mit einer vollen Rang von Farbe-Optionen für euer Vehikel-Avatar. Natürlich. Oh, das klingt verdächtig. Oh, das klingt nicht danach, dass hier eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden muss. Oh. Purple. Hm, charmant. Jetzt, wie geht es um das Dings? Hm. Blue. Marvellous. Und die Nachricht? Purple. Hm, charmant. Congratulations. Congratulations, you've customised your Vehicle-Avatar. Drive safely! Yeah, thanks. Okay, und schon haben wir ein Tosika. Mensch, okay. Achso, warte mal. Hier können wir auf die Dinger schießen. Geht das? Das geht alles nicht, ne? Ne. Da oben ein Schwert plus zwei. Das Schwert plus zwei. Das brauche ich doch bestimmt. Ist das ein Schwert da oben? Vielleicht haben die Leber und die Oben auf Fantasy-Metal. Wieder. Das brauchen wir doch. Da müssen wir doch garantiert dran. Nein. Ja, ja. So. Mach dich da mal. Three gold coins. Tantalizingly out of reach. Three gold coins. Da passiert gar nichts, ne? So. Lupe. Wo haben wir die denn hergerattert? Äh. Keine Ahnung, wo für die Lupe da ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, ich probiere mal ein bisschen rum und finde bis zum nächsten Mal heraus, was ich denn jetzt als nächstes machen muss. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Das ist ein Jong. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.